Grüß euch und Servus bei den Wulperdingern. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute geht es um eine kurze Vorstellung meiner Scourge Armee. Vor ein paar Monaten habe ich bereits ein Video gemacht, wo ich euch den aktuellen Stand mit ein paar Einheitenprofilen präsentiert habe. Mittlerweile ist wie immer im Tabletop das eine oder andere dazugekommen und tatsächlich ist es so, dass mein Pile of Shame bei den Scourge leer ist. Das heißt, ich habe alle magsam bemalt und ich möchte euch jetzt ein kurzes Update geben über die neuen Einheiten, die dazugekommen sind. Viel Spaß! Die ersten drei Käfer, die die bestehende Scourge Armee verstärken, sind die Revenger Anti-Air Beatles. Da hat sich in der Vergangenheit ein bisschen was getan, nämlich sie haben ein Leben dazugekommen und die Rüstung ist ein bisschen schwächer. Die haben eine Bewegung von 4 Zoll, eine Rüstung von 13, zwei Leben und sind Walker, haben die Sonderregel, dass sie 8 Zoll infiltrieren können und Resilient. Das bedeutet, sie sind immun gegen kritische Treffer. Sie haben zwei Kanonen, links und rechts und das sind sogenannte Flakkanonen. In Summe bedeutet das, sie haben vier Schuss, die auf die 3 Plus treffen mit Anti-Air 2. Sollten sie in den Nahkampf kommen, können sie mit Energie 10, hier mit diesen Krallen hier, ebenfalls noch einen erheblichen Schaden austeilen. Was ist die Rolle dieser Anti-Air Beatles? Ganz klar, mit Infiltration von 8 Zoll schaffen sie es, gewisse Viertel gegen leichte Flieger zu verteidigen. Zu den drei Flakkäfern sind noch sechs Stalker Beatles dazugekommen. Das sind Käfer, also das sind die panzerknackenden Käfer. Die haben das gleiche Profil wie die Flakpanzer, eine Rüstung von 13, zwei Leben, können ebenfalls 8 Zoll infiltrieren, sind immun gegen kritische Treffer. Ja, und haben die Sonderregel, das sind ihre Waffen, die wir hier sehen. Und zwar können sie einen Schuss auf 9 Zoll abgeben, egal ob das jetzt gecountert ist oder nicht. Er trifft auf die 2 Plus und hat eine Energie von 12. Das heißt, das sind wirkliche Panzerknacker, die aber sehr nah rankommen müssen. Sie haben zwar diese Sonderregel mit 8 Zoll infiltrieren, aber jeder kluge Spieler oder Gegenspieler wird die dann gekonnt einfach ignorieren, weil mit einer Bewegung von 6 sind sie natürlich nicht sehr schnell. Das heißt, meine Empfehlung, wer die Stalker Beatles verwendet, der braucht ein entsprechendes Transportflugzeug und muss sie dementsprechend sehr aggressiv platzieren. Weiter sind hinzugekommen 4 Specter Skim Tanks. Das sind die heimlichen Gewinner, die es gegeben hat in dem Armor Packer, was man sich kaufen kann. Die haben nämlich Spitzenregeln, sind mittlerweile auch, aber soweit ich weiß, auch wieder erratiert worden. Da kostet nämlich ein Modell nur 20 Punkte. Diese haben eine Bewegung von 12, ein Evasion von 3, das heißt, man trifft sie um 3 schlechter, solange man keine Flak-Waffe hat, eine Rüstung von 11, was wirklich gut ist im Vergleich zu manchen anderen leichten Fahrzeugen, und ein Leben. Das heißt, man trifft sie sehr schlecht und sie haben zwei Waffenkonfigurationen. Die erste Waffenkonfiguration, die ist sehr aggressive, nämlich diese Plasma-Lanzen, die es hier gibt. Und diese Plasma-Lanzen haben eine Reichweite von 18 Zoll, egal ob es gecountert ist oder nicht. Treffen auf die 3+, Energie von 10 und die Devastator 2-Regel gegen Gebäude und gegen Infanterie. Das heißt, die können mit ihrer Bewegung von 12 wirklich vorsappen und ein Gebäude beschießen, wenn Infanterie im Offenen ist, dann machen die Plasma-Kanonen natürlich eh sehr schnell. Kurzen Prozess. Es gibt aber noch etwas Raffinierteres, nämlich, wenn man sich für die zweite Variante entscheidet, dann kann man zum Beispiel indirekt schießen. Das heißt, es gibt Photonen-Blaster, die haben eine Reichweite von 9 Zoll und die benötigen keine Sichtlinie. Das heißt, wenn man die passende Scout-Einheit hat, dann kann man sich entsprechend hinter ein Gebäude platzieren. Man hat jeweils zwei Schuss pro Modell, das heißt, hier hätten wir acht Schuss und achtmal trifft diese Einheit auf 3+, wenn natürlich ein Scout da ist oder wenn sie direkt schießen, indirekt natürlich um zwei Schlechter, mit Energie 6. Aber jetzt kommt die absolute Sonderregel, die diese Spectras sehr, sehr stark machen, nämlich die acht Schuss haben die Sonderregel, dass sie immer bei 5 und 6 das gegnerische Modell beschädigen. Das heißt, acht Schuss, 5, 6, wenn man sich hinter ein Gebäude platziert. Das ist wirklich nervig und damit können diese kleinen 20-Punkte-Modelle hier großen Panzern auch wirklich gefährlich werden. Glaubt man nicht, ist aber so. Hier kommen wir zur neuen HQ-Auswahl der Scourge. Ihr habt es in einem kleinen Bemal-Video schon gesehen. Das ist der Oppressor, Command, Anthropod, wieder ein Riesenkäfer und der hat es in sich. Der hat nämlich, der kostet 150 Punkte, das heißt, der ist ziemlich teuer. Er hat eine Bewegung von 8, der ist nicht langsam. Rüstung von 13 und 9 Leben. Er ist groß, das heißt, er kann nicht von der Sonderregel Hulldown profitieren. Verstecken kann er sich nicht. Er hat aber die Sonderregel Resilient, das heißt, auch wenn du kritische Treffer machst, die werden ihn nur ein Leben abnehmen. Bewaffnet ist er mit einem Electro-Web-Caster. Der hat einen Schuss, 9 Zoll Reichweite mit Energie von 12. Der trifft und der kann großen Panzern wirklich Schaden machen. Er hat dann eine weitere Waffe und zwar entweder er schießt mit seinen Waffen hier oben im fokussierten Modus oder im Spread-Modus. Im fokussierten Modus ist das ein Schuss, der auf die 2 plus trifft mit Stärke 11, Devastator 2 gegen Gebäude. Und die Sonderregel Strafe 2 hat, das heißt, er kann feindliche Einheiten, die nah aneinander stehen oder das gleiche Modell zweimal beschießen. Alternativ kann er seine Plasma-Kanonen in einem alternativen Feuermodus auch noch abschießen. Und da sind es dann 3 Schuss mit Energie 10, auch mit Strafe 2, verlieren aber die Devastator-Regel. Sollte sich jemand in den Nahkampf wagen mit diesem großen Krebs, der hat auch 2 große Krallen, sind 2 Schuss mit Energie 10 und eine Genauigkeit von 2 plus. Mit 150 Punkten muss dieses HQ-Modell sehr aggressiv gespielt werden. Er wird transportiert von einem Habinger Dropship. Das ist auch die einzige Konfiguration, mit der er wirklich auf das Spielfeld gelangen kann. Er muss nah ran an den Gegner. Mit Bewegung 8 ist er zwar nicht langsam, aber der muss Schaden austeilen. Nicht vergessen, durch dieses große Einheiten-Profil, man vergleicht es einmal mit so einem kleinen, da braucht er auch dementsprechend Platz. Das heißt, durch jede enge Hausschlucht kann er vielleicht nicht passen. In dem neuen Erweiterungs-Buckerl für die Scourge sind auch 2 Flieger dazugekommen. Das sind die Corsairs Interceptors. Ich hatte schon 2, dementsprechend habe ich diese 2 hier mit der Flugabwehr-Variante dementsprechend ausgerüstet, dem Arc Caster. Die kosten 40 Punkte und sie sind zum Glück nicht mehr so ein One-Hit-Wonder, was sie früher waren. Nämlich mit dieser Arc Caster-Variante können sie 2 Schuss abgeben auf 9 Zoll Reichweite. Sie Anti-Air 3 haben sie und mit Stärke 8 können sie das eine oder andere mittlere Flieger auch gefährlich werden. Sehr schnell sind sie wie alle Scourge 24 bis 36 Zoll Evasion plus 5. Das heißt, da hat die gegnerische Luftverteidigung schon sehr viel zu tun. Und sie sind Rare, das heißt man kann nicht das ganze Spielfeld damit voll pumpen. Schnell sind sie natürlich auch. Und dementsprechend eine gute Unterstützung für die reinen Flieger, für die Scourge-Armee, wenn es nochmal wieder darum geht, Rotfuchs seine Transporter zu jagen. Jetzt kommt der große Transporter, der ganz fette Transporter für große Krabben, das sogenannte Harbinger Dropship. Das ist das Modell, was bei TT Combat eigentlich generell immer ausverkauft ist. Gibt es in zwei Varianten. Gibt es als Dropship und gibt es als Troopship. Das heißt, es kann entweder die kleinen Spectre transportieren, die Spectre sind die kleinen hier, oder es transportiert den großen, den großen und die große Krabbe, die wir euch gerade vorher vorgestellt haben. Das ist ein schwer gepanzertes, 18 Zoll bewegendes Flugschiff mit einer Rüstung von 11 und 4 Leben. Die Sonderregeln sind eigentlich sehr simpel, nämlich eine Waffe, und zwar das sind Plasma-Bomben mit Devastator 2 gegen Infanterie und gegen Gebäude. Das ist ein Schuss, der trifft auf die 5 Plus mit einer Energie von 11. Es gibt dann auch die Möglichkeit, diesen Harbinger in einer Flugabwehrkonfiguration mit Energie 7 an TR 2 zu spielen. Aber die zentrale Rolle des Harbinger Dropships ist es, die großen Dinge aufs Spielfeld zu bringen. Es ist nett, dass es die eine oder andere Waffe noch hat, aber zentral ist es vor und die großen Jungs abladen. Zu guter Letzt haben wir noch die Savinger Laser Barge. Das ist ein interessantes Modell. Es erfüllt nämlich eine komische Rolle. Es kostet ziemlich viel mit 120 Punkten. Es ist unglaublich gut gepanzert. Das heißt, es hat 7 Leben unter der Rüstung von 11. Das heißt, wirklich viele Leben hat es. Und es setzt da unten einen großen Rüssel. Rüssel kann sich mit 12 Zoll bewegen. 6 Zoll kann es sich bewegen und noch immer schießen. Und zwar mit seiner großen Rüsselkanone. Die schießt 3 Schuss, trifft auf die 3 Plus mit Energie 7. Das hört sich jetzt nicht gerade überwältigend an für 120 Punkte. Es hat aber die Destroyer Regel 6 Plus. Und in dem Moment, wo einer von diesen Treffern diese Destroyer Regel aktiviert, werden alle anderen Treffer ebenfalls so gehandhabt, als ob sie diese starke Killer Regel dementsprechend haben. Also ich habe die Einheit noch nicht gespielt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Denn mit 120 Punkten ist es weder die Einheit, die verlässlich schwere Panzer knackt, noch hat die Einheit so viel Schuss, dass sie jetzt im großen Stil kleinere Panzerfahrzeuge beschießen kann oder verlässlich vom Spielfeld nehmen kann. Ein interessantes Modell. Ich bin sehr gespannt, wie es sich auf dem Spielfeld tut. Und hier seht ihr zu guter Letzt noch eine Übersicht der neuen Einheiten, die dazugekommen sind. Ihr seht, im großen Stil sind Käfer dazugekommen und haben die Scourge Armee um einen wichtigen Faktor, nämlich Anti-Panzer, aber langsam bereichert. Dann gibt es diese Laserbarge, den Transporter, der wahrscheinlich noch, wo noch ein zweiter dazukommen wird, sobald es ihn wieder gibt im Shop. Die sind nämlich ständig ausverkauft. Hier haben wir die Specters, ganz schnell unglaubliche Nervenheiten und im Hintergrund noch diese zwei Corsairs. Also, damit ist jetzt einmal die Scourge Armee soweit abgeschlossen, bis auf diesen einen Harbinger, den hätte ich noch gerne einen zweiten und bereit gegen die Resistance oder die UCM in die Schlacht zu ziehen. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Update gefallen. Über ein Abo, ein Daumen hoch und was man auch immer alles machen kann in YouTube, würden wir uns dementsprechend freuen. Besucht uns auf www.wulperdinger.at und man sieht sich das nächste Mal. Tschüss!